Die Ausschaffungshäftlinge werden einzeln aus ihrer Zelle im Ausschaffungsgebiet. Einigen wird gesagt, dass sie ein Treffen mit der Polizei hätten. Einigen wird gesagt, dass sie ein Treffen mit der Polizei hätten. Einigen wird gesagt, dass sie ein Treffen mit der Polizei hätten. Einigen wird gesagt, dass sie ein Treffen mit der Polizei hätten. Einigen wird gesagt, dass sie ein Treffen mit der Polizei hätten. Einigen wird gesagt, dass sie ein Treffen mit der Polizei hätten. Einigen wird gesagt, dass sie ein Treffen mit der Polizei hätten. Einigen wird gesagt, dass sie ein Treffen mit der Polizei hätten. Die Ausschaffenden werden in einem Bus zum Flughafen gebracht. Einigen wird gesagt, dass sie ein Treffen mit der Polizei hätten. Einigen wird gesagt, dass sie ein Treffen mit der Polizei hätte. Einige wird gesagt, dass sie ein Treffen mit der Polizei hätte. Einige werden die Polizei hätte gesagt, dass sie ein Treffen mit der Polizei hätten. Okay. 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 Die Auszuschaffenden müssen in der Halle warten, bis sie zum Flugzeug transportiert werden. Okay. Nummer 18. Untertitelung des ZDF, 2020